Hallo und herzlich willkommen zum Traders Club Market Briefing und es ist Showdown. Heute 20 Uhr ist die erste Zinssenkung der FED seit viereinhalb Jahren fällig. Die ganz große Frage, die die Märkte bewegt, ist es direkt der große Zinsschritt oder der kleine Zinsschritt? Darauf schaut der Markt besonders, aber eigentlich zählt was ganz anderes. Und das schauen wir uns hier heute im Market Briefing an. Knapp zweite Teil des Videos gehen wir darauf ein. Zuvor blicken wir natürlich noch auf das gestrige Marktgeschehen. Denn davor noch der kleine Hinweis, dass wir natürlich live mit dabei sind. So fett, 20 Uhr starte ich den Livestream, schaue mir auf das Kurzstatement, auf die Entscheidungen. Halbe Stunde später dann die Pressekonferenz, verfolgen wir auch mit. Und natürlich alle Keynotes gibt es in deutscher Sprache. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr dieses wichtige Ereignis heute nicht. Jetzt gehen wir erstmal hinein in den gestrigen Handelstag. Hier zu sehen für die Wall Street und ja, letztendlich was ist passiert. Wir sind hochgelaufen, hoch reingekommen und haben dann jetzt eigentlich alles wieder abgegeben. Hier unten die großen Indizes haben quasi komplett auf Einstand geschlossen. Also Null Performance erzeugt. Der Einzige, der sich ein bisschen halten konnte, das war der Russell 2000. Durchaus interessant, dass man zurückgelaufen ist, weil eben S&P 500, Dow Jones, die haben sogar ein Allzeithoch erreicht. Wir hatten das im Shortcheck ja besprochen. Mal gucken, ob es hier Ermüdungstendenzen gibt, weil man in eine Zone reinläuft, wo dies auftreten kann. Und man kann das durchaus schon als erste Ermüdungstendenz sehen, wenn man es allzeit hochläuft und dann doch so eine kleine Nadel an der Tageskerze stehen lässt. Big 7 auch erwähnt, also die sieben hochmarktkapitalisierten Tech-Konzerne auch mit Schwung rein und dann wieder auf Einstand zurückgefallen. Zurück auf Los, abwartender Haltung und ja, mehr war es gestern am Ende nicht. Also am Ende ziemlicher Schluss auf Einstand. Hier ist nochmal der S&P 500 im Future. Da war gestern auch der Rollover bei den Futurern erstmal hochgesprungen. Da hatte ich schon gesagt, jetzt mal gucken, diese Zone wird interessant. Knapp am Allzeithoch, ob wir hier Ermüdungstendenzen haben, ob wir vielleicht eine kleine Nadel stehen lassen. Es ist jetzt keine perfekte Umkehrkerze, aber es ist durchaus schon eine kleine Nadel, die wir stehen lassen. Eingetrübte Tageskerze, die müsste heute natürlich dann aufgegriffen werden, wenn wir schon mal dann wieder ins Gap hineinlaufen. Das ist im Kassahandel ungefähr die 5600, mittlere Bonninger Band an der 5550 wäre die erste wichtige Unterstützung. Darunter ist vermutlich das Allzeithoch erstmal gesetzt. Ja, also ein bisschen schon so, wie wir es gestern im Shortcheck besprochen haben, hoch reinkommen und dann erste Ermüdungstendenz. Aber das muss noch nichts heißen. Das muss mit der Folgekerze heute, dann heute ausgerechnet natürlich die FED aufgegriffen werden. Aber so eine kleine Schwächetendenz, neues Allzeithoch, man fällt zurück, ist erstmal keine zu starke Leistung. Auch hier untergeordnet zu sehen, hatte ich immer wieder gepostet, der S&P 500 im Stundenschart. Ja, hier seit dem August-Tiefen war dieser Impuls intakt. Beim Nasdaq war dieser Impuls zerstört schon. Deswegen hatte ich schon gesagt, ich glaube, der läuft dann höchstens mal Richtung dieser Zwischenhochs. Aber dann könnte es schwierig werden. Und so ist es beim Nasdaq auch gekommen. Wer das ganz große Bild sehen möchte, der guckt sich gerne bitte nochmal den Shortcheck von gestern an. Aber hier eben diese Bewegung, die hatten wir letzte Woche schon eingezeichnet, dass die etwas im Raum stand. Dieser fünfte Arm von diesem Impuls vom Tiefaugust. Und der war untergeordnet ja auch ziemlich fünffällig unterwegs. Und den hätte man eigentlich mit dem Allzeithoch, steht jetzt in der Zone, wo man dies dann kompletieren kann. Heißt jetzt nicht, wir kollabieren komplett, aber dass ihm dieser Impuls vorm Abschluss stehen dürfte. Und dann erstmal zwischen konsolidiert. Ob man kollabiert, das werden vermutlich die Impulse zeigen müssen. Aber das sieht ja ziemlich, ja, schon nahe der Vollendung aus. Vielleicht nochmal ein Kick-Out heute. Volatil bleibt es sowieso. Wir haben auch die großen Verfallstermine dieser Woche. Also auf Schwankungspreise sollte man sich sowieso einstellen. Aber so übergeordnet der August-Impuls im S&P 500, sollte man sich darauf einstellen, dass der Vorteil im Abschluss nun steht. Saisonal, hatte ich immer schon wieder gesagt, erwähnen wir jetzt bloß, die sind nur saisonal, auch mal für den Nasdaq. Letztens zeige ich immer den S&P 500, aber beide sind sehr ähnlich. Dass man Mitte, hier ist Mitte September, gerne die Schwächetendenz hat, die dann bis in der August reicht. Und dann die Jahresendrallye, für der ich auch noch gut gestimmt bin, dass diese gelingen sollte. Hatte ich ja gestern auch im Short-Check alles gezeigt. Also nur einfach nochmal der Hinweis für die Saisonalität, dass wir jetzt direkt eigentlich in diese Schwache hineinlaufen. Vielleicht ist die FED ja ausgerechnet der Trigger für diese schwäche Tendenz. Jetzt gestern, Wirtschaftsdaten, die wir gesehen haben, in den USA, muss man ganz klar sagen, Deutschland nicht. Jetzt hat die Economic Surprise Index, der Mist, aber die Wirtschaftsdaten auf der Ober- oder Unterseite verfehlt. Gestern hatten wir die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion. Einzelhandelsumsätze natürlich deutlich wichtiger. Das war jetzt ein Wert, der relativ in den Erwartungen lag, aber eben solide. Also die Datensätze waren gut. Gut waren sie nicht, aber solide. Und nicht, dass man jetzt irgendwelche Ängste kriegt, dass hier eine Rezession direkt bevorsteht. Dieses Thema wäre für mich eh erst im kommenden Jahr relevant. Und ja, da waren es eigentlich stabile Werte. Und heute dann der große Zinsschritt, das passt nicht so recht zusammen. Und dann haben wir auch mal hier den GTP Now, also die Live-BIP-Prognose der Atlanta FED, die sie regelmäßig herausgeben. Und gestern, ja, neuer Wert, knapp 3%, sagt der GTP Now-Indicator. Und der ist zur letzten Fettsitzung, die wir hier, sogar etwas höher. Also man sagt eigentlich, die Konjunktur ist stabiles. Die Erwartungssagen, die gestrigen Daten sagen das auch. Klar, Eintrübung, aber nicht, dass die Rezession ja direkt am Horizont steht. Das kann man hier eben so gar nicht sagen. Also das passt gerade nicht zusammen, denn auch die Zinserwartung, an den großen Zinsschritten bleiben trotzdem auf hohem Niveau. Auch hier die BIP-Prognose von Goldman Sachs für das nächste Jahr. Ja, 2%, alles gut, ist einer der optimistischen Prognosen, muss man ganz klar sagen. Aber, ja, Daten sagen jetzt keine Rezession am Himmel, alles gut. Und Live-Indikatoren sagen auch, ja, kein Grund für übermäßige Sorge. Aber der Markt sagt, lass uns bitte jetzt mal die 50 Basispunkte senken. Also bitte den großen Zinsschritt, dass auch irgendwas im Argen liegt. Knapp 70% Wahrscheinlichkeit für den großen Zinsschritt heute, also direkt um 50 Basispunkte runtergehen. Ja, das Zinsband der FED ist allgemein etwas höher. 525 bis 550 Basispunkte bei der EZB sind wir jetzt schon unter 4. Klar, das ist höher, man hat mehr Spielraum. Das wird sicherlich auch Jerome Paul so argumentieren. Aber muss man vielleicht so stark agieren, wenn doch alles so gut noch läuft? Das ist ein bisschen die ganz große Frage. Und vor allem auch, das ist die wichtigere Frage, hier mal die zu sehen, die Erwartungshaltung bis zum Ende 2025. Und da erwartet man, naja, ein Zinssenkungszyklus von gut 250 Basispunkte. Also zweieinhalb Prozent soll es runtergehen. Hier die Senkungszyklen für Eurozone und Großbritannien. Durchaus kleinere Senkungszyklus, obwohl dort die Konjunktur ja voll komplett im Argen liegt. In den USA hält sich hingegen die Konjunktur. Ah, bitte die ganz großen Senkungszyklus liefern. Ja, das Zinsband ist höher, aber das ist eben nur ein Teil der Wahrheit. Das könnte hier das Problem werden, dass man eben, ja, zwar liefert heute, egal eigentlich, was man liefert, ob nur 25 Basispunkte oder 50 Basispunkte, könnte relativ egal sein. Wichtig wird sein, wie zeichnet Jerome Paul den weiteren Pfad. Sagt, ah, wir haben allgemein hohe Zinsband, wir kommen mal runter. Aber dann bleiben wir im Beobachtungsmodus und kein Grund, hier zu stark zu agieren. Die Erwartungshaltung ist, wir agieren stark. 250 Basispunkte ist viel. Und das passt nicht recht zusammen mit der starken oder soliden Konjunktur. Wir müssen richtig stark gesehen nicht mehr. Aber soliden Konjunktur passt das nicht so recht zusammen. Und daher wird wichtig sein, wie Jerome Paul den weiteren Pfad zeichnet. Und jetzt hier sehe ich ja die größeren Gefahren, dass er hier, ja, vielleicht deutlich agiert. 25,50, relativ, glaube, egal. Da ist zu viel schon gesprochen worden, um hier irgendwie zu überraschen. Vermutlich ist die Überraschungsseite mittelweise sogar der kleine Zinsschritt, die 25 Basispunkte. Aber der weitere Pfad wird entscheidend. Das sehen wir hier auch noch mal bei den Dotplots der einzelnen Ratsmitglieder, also wo sie die Zinsentwicklung sehen. Vor allem hier 2025, das nächste Jahr, also nicht weit hin. Hier die einzelnen Punkte, ist immer so ein stimmberechtiges Ratsmitglied der FED, wo sie den Leitzins sehen möchte. Und da sehen wir schon, dass es deutliche Unterschiede gibt. Aber man pendelt sich so hier an diesem Niveau ein, um, ja, etwas über 4% im nächsten Jahr. Also von 5,5, 5,25 Richtung 4% plus. Die Märkte, die erwarten den großen Zinssenkungszyklus von mindestens 250 Basispunkten, dass man schon auf die 3, beziehungsweise knapp unter die 3%. Also eine riesige Differenz haben wir hier offen, was die Märkte erwarten. Und weder nimmt Jerome Paul und die FED heute den Wind aus den Segeln für diese Erwartungshaltung, der große Senkungszyklus. Dass man sagt, man fährt auf Sicht, wir haben ein hohes Zinsband, wir können mal kurz agieren, wir haben da ein bisschen Spanne, wir können hier mal stärker agieren, um Richtung neutraler Zins zu laufen. Aber dann gucken wir weiter. Dann müssen wir nicht weiter. Die Konjunktur ist ja stabil. Wir sind da bereit zu agieren für weite Mandate, Inflation und auch für den Arbeitsmarkt in Konjunktur. Aber wir fahren komplett auf Sicht. Also wenn er hier für diesen starken Senkungszyklus den Wind aus den Segeln nimmt, wäre das sicherlich eher ein negativer Aspekt. Wenn nicht, dann müsste ja eigentlich diese Dotplots, die Mitglieder, müssten ja dann ihre Prognosen deutlich anpassen. Und wenn sie hier um 100 Basispunkte ihre Dotplotsnoten anpassen, was ich relativ unwahrscheinlich halte, dann müsste man dies auch deutlich begründen. Und wie begründet man das? Weil die Inflation sowas von am Ziel ist. Wir haben fast ein Deflationsszenario. Nee, eben nicht. Kern Inflation ist verfestigt. Die letzten Inflationsdaten haben wir letzte Woche gesehen. Dann kann man dies nur begründen, diese massive Anpassung, wenn man die eigenen BIP-Prognosen, Prognosen für den Arbeitsmarkt komplett kassiert, aber so richtig kassiert. Und ich glaube, diese Prognosen möchten die Märkte heute gar nicht sehen. Das möchten die Märkte nicht sehen. Also wenn man diese Erwartung erfüllen soll, große Zinssenkung, die Dotplots um 100 Basispunkten nach unten anpassen möchte, soll, das ist die Markterwartung, dann nur, wenn die FED heute mit den eigenen Prognosen komplett Bruch geht und sagt, haben wir falsch eingeschätzt, Arbeitsmarkt rückt sich viel deutlicher ein, BIP-Prognose viel zu optimistisch, die kassieren wir komplett. Und das möchte der Markt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass dies passieren wird. Ich glaube eher, dass die FED heute eher das jetzt zurückholen wird, die Markterwartung zurückholen wird und dass man die von den 250 Basispunkten deutlich zurücklaufen muss. Vielleicht sogar reden wir dann am Ende des Tages nur von 150 Basispunkten. Ich glaube, das wird der Punkt sein. Der große Senkungszyklus, diesen wird Jerome Powell nicht bedienen. Er wird hier den Markt etwas erden. Mal sehen, wie der Markt dann darauf reagieren mag. Auch hier nochmal zu sehen, die Leitzinsen in den USA schwarz zu sehen. Leitzinsentwicklung, hier hat man die Corona, hier hat man die Finanzkrise und da blau zu sehen ist die Gewinnerwartung und gut zu sehen, dass eben der Senkungszyklus gerne auch mit einem deutlichen Rückgang der Gewinnerwartung, der Gewinne allgemein, weil die Konjunktur sich ja auch meistens eintrübt, daher geht aktuell, was ist denn die Erwartungshaltung? Das haben wir ja eben schon besprochen, BIP-Prognosen relativ stabil, Gewinnwachstum geht weiter voran, keine Gewinnrezession, also er weiter steigend. Aber zugleich wollen wir hier die großen Zinssenkungszyklus sehen, Richtung 3% und das Gewinnwachstum der Unternehmen soll weiter steigen. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Also entweder minimaler Zyklus, um Richtung neutraler Zins zu kommen, aber viel ist nicht drin, wenn wirklich die Konjunktur stabil bleibt und das Gewinnwachstum in der Tat auch sich im Wachstum weiter befinden wird, weiter nach oben laufen wird. In der Vergangenheit gab es eigentlich gerne die Eindrückung beim Gewinnwachstum, insbesondere inmitten der Rezession. Das ist auch der Punkt, der letztendlich auch mittelfristig entscheiden wird. Da ist wieder diese Grafik dabei und die muss man immer wieder auspacken, wie sich die Märkte auf 12-Monats-Sicht entwickeln, wenn eben die Rezession im Haus steht oder sie vermieden wird. Wird sie vermieden, hat man eine positive Performance, aber eben auch nicht gigantisch. Da muss man auch sagen, eine Senkungszyklus, Zyklen bringen nicht die große gigantische Performance für die Märkte. Das sind meistens die schwierigen, insbesondere bei einer Rezession. Da sind wir ganz schnell im Bereich 15-20% Negativrendite auf 12 Monate. Fällt sie hingegen aus, haben wir aber auch nur 10-15% ist es auf 12-Monats-Sicht auch nicht so viel. Aber das ist eben der Unterschied. Die Konjunktur macht den Unterschied. Gut, können wir aber alles in Ruhe nochmal besprechen, wenn wir dann live mit dabei sind zur FED, 20 Uhr. Auch hier die Fondsmanager-Umfrage der Bank of America kurz zu sehen. Man ist sich ziemlich sicher, die Fondsmanager sind sich sehr sicher, dass wir in einem Soft-Landing-Szenario sind, keine Rezession für die nächsten 18 Monate im Blick sind. Das ist vielleicht auch schon ein bisschen eine Kontraindikation. Also man ist jetzt sich komplett sicher, das wird alles gut sehen, alles stabil und wir kriegen, aber die ganz großen Senkungszyklus kriegen wir bitte auch noch geschenkt. Also es passt alles gerade alle nicht so richtig zusammen. Und ich glaube, Jerome Paul wird hier die Märkte etwas zurückholen, die Markterwartung an die Zinssenkung, an die große Zinswende zurück und hoffentlich nicht begründen mit der Konjunktur. Wenn er sagt, ja, das kann so passieren, wir müssen vermutlich weiter stärker agieren, dann nur mit Anpassung. Wenn die Dotplot so stark angepasst, wovon ich nicht ausgehe, dass eben die BIP-Prognosen und die Prognosen für den Arbeitsmarkt empfindlichst nach unten revidiert werden. Gehe ich aber nicht aus, aber das müsste dann so sein, wenn die Markterwartung erfüllt werden soll. Die Cashquote bei den Fondsmanagern auch interessant, 4,2% bewegen wir uns eigentlich schon auf so einem historischen Tief, dass man eigentlich gar nicht mehr viel stärker im Markt dabei sein kann. Einer soll ja am Ende kaufen letztendlich. Ja, das sieht man eigentlich auch nicht unbedingt hier in Markttiefs. Also hier könnte durchaus nochmal die Cashquote etwas erhöht werden, aber man ist ja optimistisch. Wir haben es gesehen, die Fondsmanager sind optimistisch. Vielleicht ist das auch eine kleine Kontraindikation. Ganz kurzer Blick nach auf Deutschland. Gestern die ZTW Konjunkturerwartung. Deutschland hat keine Wachstumsperspektive, hat das Institut gesagt. Wieder deutlich zurückgefallen. Das ZTW fast wieder auf Null. Die Hoffnung, dass man im Jahresfeld auf die Erholung bekommt, fällt komplett dahin. Wir werden eigentlich nahezu kein BIP-Wachstum sehen. Hoffentlich fallen wir nicht mehr in die Rezession. Es gibt hier einfach nur die strukturellen Probleme. Haben wir aber mehrfach besprochen. Und wieder dieser Datensatz, wo man hofft, ist Licht am Ende des Tunnels da. Nein, wurde nicht geliefert. Es war wieder eine herbe, herbe Enttäuschung. Und die Perspektive bleibt mau. Aber heute ist die Perspektive definitiv hier. Um das FED-Zinsentscheid. 20 Uhr, das Kurzstatement. Sind wir schon live dabei. Abonniert den Kanal. Verpasst ihr es nicht. Halbe Stunde später die Pressekonferenz. Die wichtige. Holt Jerome Paul die Märkte etwas ein. Fährt er mehr auf Sicht oder öffnet er in der Tat die Tür für den großen Senkungszyklus. Dann wird er die BIP-Prognosen erklären müssen. Heute noch 11 Uhr. Die endgültigen Inflationsdaten. Vermutlich kein weiteres großes Thema. Donnerstag, mal ein bisschen Blick. Da haben wir die Bank von England mit ihren Zinsentscheiden. Danach dann auch die Bank von Japan. Ist ja durchaus auch relevant mit ihren Zinsentscheiden. Also es geht munter weiter. Nicht vergessen. Wir haben hier ganz groß den großen Verfallstermin. Freitag wird vermutlich wieder der größte Verfallstermin aller Zeiten sein. Ist aber mittlerweile fast bei jedem großen Verfallstermin der Fall. Optionen sind einfach in. Und der bewegt die Märkte ab heute schon mit. Der funkt die ganze Zeit mit rein. Das sollte man immer wissen. Wir gehen noch ganz kurz hinein in den DAX. Wir haben schon die Eröffnung gerade. Und ja, gestern auch die Tageskerze. Wir haben das Gap endlich geschlossen. Richtung 18.8 geschaut. Dann auch ein bisschen zurückgelaufen. Wir haben ja die erste Unterstützungszone, die ich gestern schon eingezeichnet habe. Im Traders Club Bereich 18.730, 7.25. Ihr seht ja selbst, dass wir den Bereich mit der neuen Tageskerze gerade anlaufen. Dort inmitten stehen. Und ja, das ist der erste Support. Indem wir jetzt, wo wir gerade live gucken, dass wir diesen gerade auch live getestet haben, versuchen zu halten. Halten wir das Niveau? Halten wir auch die Range zur 17.800? Obwohl die Vortageskerze schon etwas eingetrübt ist. Vermutlich der Weg da etwas begrenzt. Falls wir rüberkommen, ist 170 die nächste Bereich. Darüber 930. Glaube ich aber nicht, dass das heute so möglich sein wird. Aber mal sehen, ob wir hier den Bereich der 27.37 verteidigen können. Falls nicht, öffnet sich die Tür so 6.70. Und darunter sind wir schon im Bereich der 18.600 wieder unterwegs. Das mittlere Bollinger Band. Wenn wir dort durchlaufen auf Tageschlussbasis, hätten wir wieder die erste kleine Eintrübung. Und durchaus dann auch die Chance, dass wir nochmal Schwächetendenz sehen. In der schwachen Saisonalität, die wir ja nun betreten haben. Ganz kurz vielleicht auch noch der Blick hinein in den Stundenchart. Ja, da war eben auch diese Bewegung, dass wir nochmal hochlaufen müssen. Dann vielleicht die Schwächetendenz. Gestern hatte ich auch schon ein Setup gepostet. Im Traders Club ein sehr aggressives Setup. Haben wir heute gestern schon die Eintrübung ein bisschen gesehen. Bestätigt sich diese. Könnten auch konservative Trader hier ihren Einstieg suchen. Mit der engen Absicherung. Und dann eben diese ABC, die ich habe innerhalb der schwachen Saisonalität. Dass die 18.000 innerhalb dieser Saisonalität durchaus noch ein Thema ist. Hoffentlich nur die 18.000. Denn dann hätten wir ja, wie gesagt, hier nur seit dem August-Tief, hätten wir nur diese Rallye. Dann hätten wir hier diese Bullenflagge oder ABC-Strukturen. Könnten dann Jahresenddreh sogar noch gut starten. Haben wir hier deutliche Abwärtsdynamik in die 18.000. Da wird es hingegen ernst. Aber das ist weiter ein bisschen mein Basisszenario. Das Hochlaufen, das haben wir nun gesehen. Das Gap hier haben wir geschlossen im Bereich der 57.000. Nur mal sehen, ob die Ermüdungstendenzen reinkommen. Aber auch hier erste Eintrübung, ersten Bereich der 18.600. Das ist die erste relevante Zone. Konservative Trader suchen dort dann eher den Einstieg. Wenn wir diese Eintrübung sehen, mittlerer Sponninger-Band haben wir dort im Daily. Hier haben wir die Zwischentiefs. Das wäre dann die erste kleine Bestätigung. Das müsste ich hier die Sache eintrüppen. Ob es dann direkt reicht für die ABC-Bewegung, wird sich zeigen. Aber die würde ich wahrlich noch nicht abschreiben wollen. Nun gut, das soll es erstmal gewesen sein. Wir sehen uns ja heute schließlich nochmal. Heute 20 Uhr zur FED, beziehungsweise kurz davor. Wir wollen hier noch ein bisschen drüber reden. Abonniert den Kanal. Seid da sehr gerne mit dabei zu diesem Livestream. Wie gesagt, heute fokust komplett auf die FED. Und großer Zinsschritt, kleines Zinsschritt, wird extrem diskutiert. Da kann es eigentlich kaum noch eine Überraschung geben, weil es eine 50-50-Chance mittlerweile ist. Und fällt diese Überraschung aus. Also die einzige Überraschung wäre eigentlich, wenn man gar nicht agiert. Das steht außer Frage. Die große Frage wird nur sein, der Zinspfad, ob der wirklich so stark sein kann. Und wenn er so stark ist, wird er begründet. Und das wird dem Markt nicht gefallen. Und das ist auch nicht mein Basissynauer. Ich glaube eher, Jerome Paul wird hier mehr die Märkte zurückholen. Und dass man dann am Ende des Tages nicht mehr von 250 Basispunkte Zinssenkungsperspektive bis 2025 sprechen werden. Aber das sehen wir dann alles live. Kommt gerne mit dazu. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Handelstag. Gelungenen Handelstag. Bis bald. Macht's gut. Und ciao. Ich wünsche euch. Vielen Dank.